Hier gibt es ein Zeichen, der ist zeichnet schon da und dran. Finishing. Jawohl, das war ein Blatt. Ja, da war ich jetzt den Anker. Alles, die Leute, den ist der Anker. Jawohl, das war ein Blatt. Die war's für. Jawohl. Oh, ja. Ja, das war der Chair von der Leute. Ja, das war der Chair von der Leute. Ich bin mir wundert, weil gestern auch kein DLRG da war. Weil wir sind ja keine Rettenschwimmer. Jawohl, ein Zeichen. Jawohl, ein Zeichen. Drei Salto rückwärts. Drei Salto rückwärts gelandet im Cannonball. Das Ganze natürlich getastet. Komm, Emilio, du kannst es. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Super Leistung. Freut mich. Okay. Um Team. Da geht's. Drei Salto rückwärts gelandet im Wasser. Vielen Dank.